Was sind die Vorteile von EMV? Jetzt müssen wir erstmal nochmal kurz klären, was EMV ist. EMV ist eine Abkürzung Europay Mastercard Visa. Ich sage es nochmal, Europay M Mastercard V Visa. Und das Prinzip arbeitet mit einem Mikroschip. Und hier werden wir gefragt nach den Vorteilen. Mikroschips sind relativ sicher. Ja, und zwar relativ sicher gegen Manipulation. Wer sich da ein bisschen auskennt, der kann ja zumindest auf die Idee kommen, den Mikroschip zu manipulieren. Die Karte, ja, Europay Mastercard Visa kann nur mit PIN verwendet werden. Karte nur mit PIN. Auch das hat mit Sicherheit zu tun. Und Karte kann überprüft werden. Und zwar ohne Online-Verbindung. Ja, kann man die Karte relativ schnell überprüfen. Und die Karte kann Zusatzfunktionen bekommen. Ja, zum Beispiel Zugangsberechtigung zu Firmenräumen. Ja, also man kann diese Karten hier, Europay Mastercard Visa, mit Zusatzfunktionen ausstatten. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.